Sollen wir nicht über diesen Bus hinnehmen, äh den Bus oder wieder den Truck? Wir können mit zwei Autos fahren. Ich nehme den roten Plitzer. Okay, bin ich zum Teufel. Das ist ein Zombie. Wie viel Tank hast du? Nee, kannst du nicht sagen. Ich bin gerade ausgeschrieben. Äh, 6 Prozent. Okay, ich hab 7. Bis dann, wie man die Autos checken, wie viel Prozent sie immer haben. Aua, ich hab ein Auto. Aua, mein. Blauer hat's. Reizen? Blauer hat's reizen? Okay, ich nehme den Truck. Die Mosel. Nimm den Truck hier mit. Nimm auch den blauen Truck am besten. Ja, der einfach. Sauber. Aber bleib mal, warte mal kurz noch. Muss ja, dir noch hinterher. Und du hast die Ahnung, wo wir langen müssen. Äh, einfach den Weg folgen und in der Stadt rechts. In der Stadt rechts? Ja. Also ich weiß gar nicht, warum man Schusswaffen nehmen sollte, weil ganz ehrlich, die Katana ist viel effektiver. Ja, aber. Ja, aber. Auch cool. Für so Situationen, wo du eingeengt wirst und irgendwie sowas brauchst. Ja. Wire. Ich hab nen Draht gefunden. Ich auch. Den kann ich aber nicht aussprechen. Wie viel fährst du? So im Durchschnitt? Äh, 45. 46. Okay, 46. 43. Immer. Ja. So auch. Aber ungefähr so. 45. An der Kreuzung in der Stadt rechts, ne? Wie gesagt. Kreuzung Stadt rechts. Ja. So wir sind, ich bin jetzt in Taylor Beach. Bist du da? Hub mal. Hab ich. Dann bin ich da nicht. Die Hubmann. Links klick. Geh zurück. Zurück. Ich glaub da hab ich nur grad nen Backpack gesehen. Das Blut ist auch nicht weg. Alter. Was ist das? Ein Travel Pack. Nice. Ja, auch ein Travel Pack. Okay. Das ist... Alter, du hast gerade gelegt. Du hast gerade gerade aus, ne? Das sind viele Slots, die ich jetzt habe. Sleeping Bag. Warte. Der Loot, der Loot spawned. Ja, da ist jeder was. Hey Leute, ich hab mich wieder in den Backpack gefunden. Haben wir auch schon auch einen. Das ist ja mal mega nice. Äh, Swift Magazine, kann ich sagen, ob voll oder ganz. Warte, ich kill den zweiten. Ja, was ist ein Carjack? Weiß das einer von euch? Carjack? Kann man, äh, Autos reparieren. Ja, wollte Gott sagen. Hatte ich auch nicht so sollen. Äh, Sandbags und... Military Bullets. Military... Boah, ich brauche was zu essen, um zu trinken. Ja, hier ist auch noch ein Magazin. Glaub nicht, dass es nachgespawnt ist. So, dann versuchen wir mal für die Zombies gleichzeitig. Die sollten eigentlich kein Problem sein. Okay, da sitzt jetzt ein Griechner dabei. Nehmen wir erstmal den Stern, dann Chef Koch hier. Ja, mir glaubt sie hat keine Muni, ey. Okay, komm, raus damit, ey. Ähm, ich will nicht hören. Ich will jetzt meine Zeit nicht damit vertreten zu uns. Wo wir schon mal waren, wo ich glaube, dass kein Loot nachgespawnt ist. Okay. Der Zombie läuft fürs Auto. Okay, mein Auto ist kaputt. Dann steig hier in den grünen Truck. Wo, wo bist du? Beim grünen Truck. Wo ist denn du den Truck? Also, Modi heißt so nach der Motto verpestet. Ja. 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 Ja gut, hierde ich jetzt nur Mouldy Zeugs rum. Nice one hit. GG. Close. Oh, wir werden damit nicht weit kommen mit dem Truck. Warum? Na 3%. Longbow. Loll. 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 Der ist aber später umgefallen. Ich hol die... Chocolate Bar. Hm. So. Lass uns mal craften. 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 Der Dixie hat macht nichts, dann setzen wir uns einfach mal auf. Ihr seid noch da, Leute? Ja. Okay. So. Okay, jetzt haben wir keinen Spont mehr. Ab hier Zeit zu laufen. Okay. So. Da vorne ist ein Zombie. Ich fähl den. Das sieht jetzt schon mal wesentlich besser aus. Wie jetzt immer. Okay. Ey, lass den. Äh, das ist ein... Apple Juice Box haben wir auch schon mal. Oh fuck, 40%. Ich würde mal ganz gerne... Ich würde mal ganz kurz eben gucken, was man mir bei WhatsApp geschrieben hat. Deswegen... Muss ich mal ganz kurz hier meine Kamera... ...umdrehen. Sorry, Leute, dafür. So, Leute, da sind wir wieder. Ich musste ganz kurz minimieren die beiden... Der Slack da war immer noch. Echt? Das wird sich aber gleich, glaub ich, ähm, beruhigen. Da war immer nichts auf... Ach so, okay, ja. So, ähm, die beiden... Alter. Alles gut jetzt? Funktioniert's? Ich bin bei einer großen... Wir sind bei einer großen Brücke. Muss man zurückkehren. Ich trinke jetzt vergammeltes Wasser. GG. Ähm, ich, äh, bin im Spiel geblieben, Leute. Äh, als ich mir in die Mitte... Deswegen habe ich jetzt enorm an... Getränk... Also an Durst und an Hunger zugenommen. Deswegen muss ich gleich erstmal nochmal durch die Läden durch. Und nach Möglichkeiten... Äh, sauberes Wasser finden und... Äh, saubere Nahrung. Weil mein, äh, Radioaktivitätslänger ist schon bei 52. Und das ist echt... Hoch. Oh, hast du ne Axt? So, die beiden anderen haben in der Zeit ein bisschen weitergespielt. Die sind einmal gekickt worden da oben, weil ich disconnected hab. Ähm... Beziehungsweise weil ich minimiert hab. Und, äh, die haben aber in der Zeit was herausgefunden. Und zwar müssen wir Tiere auf jeden Fall auch noch töten. Das kommt auf unsere Liste. Ja. Weil man bekommt Leder und Fleisch. Und... Ich glaub, das muss man... Das Fleisch kann man braten und mit dem gebratenen Fleisch bekommt man mehr Essen wieder. Äh, mehr Hunger zurück. Okay. Das ist Theorie. Theorie, ja. Weil, äh, und verdammt viel XP. Okay. So, ich bin jetzt einmal durch den... Durch das ganze Dorf durch. Ich würde jetzt einmal noch die Nahrungsmittel einsammeln. Und dann muss ich erstmal wissen, in welchem Dorf ich bin. Weil ich komm da nicht drauf klar. Ich hab auf beiden Seiten Wasser und bin auf so einer Landsjunge. Eigentlich dachte ich Taylor Beach, aber das ist bestimmt, wenn das so aussieht, Albertan. Oder Albertan. Man kann doch auch irgendwie meinen. Das würde ich gerne auch mal ausprobieren. Oder... Albertan sind wir auch. Beziehungsweise bin ich. Kensington Campground könnte ich... Aber Campground würde ja heißen, dass hier Camps sein müssen. Da bekommst du Essen? Oh scheiße, 80%. Dann hier hab ich Arrows, das ist schon mal gut. Weil dann kann ich mir auch zusätzlich... Bei Noctus packen wir mal weg. Mein Longbow hier reinpacken. Hast du echt nix zu essen gefunden? Trinken? Ah, der Longbow, der ist ähm... Essen hab ich für dich. Es ist... Ey Leute, das ist total realistisch. Der Longbow hat einfach mal kein Visier. Und der Compound Bow dafür schon. Das ist cool. Ich find's cool, dass die's so realistisch gemacht haben. Nein, ich hör dich schlagen. Lass uns doch mal schlagen. Ähm, wir könnten ja auch gleich mal... Jetzt haben wir ja, das sind wieder nur Bücher, ne? Wir könnten ja gleich mal ähm... in das Wiki gehen. Es gibt bestimmte an Turn-Wiki. Und mal gucken... Ja, du meinst gleich. Ähm, wie man baut. Wie man Häuser baut. Und was was Essen bringt alles. Ja, wir sind bei den Docks. Nice one. Hier war ich vorher doch. Okay, der Longbow ist jetzt nicht so stark wie der Compound-Bow. Ist eigentlich schade. Aber okay. Ich hab das dieben Pfeile für dich. Bist du jetzt bei dem, äh... Okay, nice. Danke. Bei den Docks. Ja. Lass mich mal bitte hier ein bisschen alleine rummachen. Alter. Ich hab kein Zwift-Magazin. Ich bin nicht so der Fernkämpfer. Ich hab keinen Bock. Ich nehm lieber die Mareto oder die... Äh, Katana! Und dann geht's auf die Schnauze. Katana! Katanaaaa! Komm. Naja, verstehe ich. Aber lass mich mal bitte... ...biss in die Farm. Chocolate Bar. Ja, äh... Ich wollte dir das Essen vorbeibringen. Okay. Aber ich geh da müssen. Moldi... Alter. Ist das eine Kohlrabi? Kann sein, ne? Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Aber... Alter, 19. Alter. Alter. Cola... Gut. Trinken wir das alles erstmal. Ähm... Noch 20% Leben. Ich streit 19. Fuck. Oh, lecker. So. Lecker. So. Ey, sogar das Geräusch von der Cola imitiert der richtig gut. Also, Leute, sagt ihr mal hier erste Bewertung zum Spiel? Was würdet ihr sagen? Also, dafür, dass es Free-to-Play ist, würde ich das sogar eher spielen als der Z und weil es einfach mal nicht so krass verbuggt ist. Aber es ist ein bisschen nervig, weil man so wenig Essen findet und auch gar keine Karte im Spiel. Aber... Ja, gut. Aber... Vielleicht ist es ja auch so geworden, dass es ein bisschen schwieriger ist. Ähm... Aber wenn... Das ist schwieriger für mich halt nun nicht, aber... Ja, gut. Aber ich sag mal so, äh... Ah... Frieseltan... Wow... 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 Okay, äh... Es wird auch wieder dunkel, hab ich mittlerweile eine Taschenlampe wenigstens eingesammelt? Äh... Da hab ich jetzt zufälligerweise alles, was der, äh... an Packs hat übereinander... Gefühlt? Ne, du musst das... Schade, es wird wieder eine dunkle dunkle Nacht... Oh, ne, hab ich nicht... Oh, ne, hab ich nicht... Ich brauche Hilfe... Ja... Ah, das hat mir immer für die Flaschleit mit... Nice... Zack... Gibt sich irgendwie... Oh, Alter, ich brauche ein Wasser. Ja... 89... Und du? 23... Da noch ein Bau... Longbau... Und mich runterheilen... So, ich zieh jetzt mal weiter... Ja, ich... Ich... Erstmal hier so... Das ist ne Motorsäge... Ja, nimm die mal mit... Okay, die Flasch kostet die ein bisschen full, aber... Ne, nein... Äh... Hier ist Essen... Ich hab leider keine Ahnung, in welche Richtung ich geh... Puh... Scheiße... Ich... Diese Nazis... Alter... Alter... Ich muss... Haben wir da ja Bären drin, die ein Hai machen? Ne, diesmal nicht... Alter, 123... Oh, juckt... Oh, juckt... Okay... Weiß nicht, was ich trocken droppen soll... Alter, sowas tut man... Ah... Ich hab 0% Hunger, aber dafür... Ne, das kann nicht die Military Base sein... Ähm, Leute, ich hab das Gefühl, es sind nicht alle Orte auf der Karte vorhanden, sondern nur die wichtigsten... Ja, jetzt würde ein bisschen Sinn machen... Puh... Äh, was steht da drauf? Alter... Links... Bullets... Red Champlain... Was ist das... Wtf... Ne... 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 Also, hier müsste die große Brücke sein, wenn ich jetzt richtig... Liege... Aber ich liege nicht richtig... Aber kann das sein, dass ich ne falsche Karte hab? Ne... Ich hab... Ich hab... Ne... Bist du tot? Ne... Ich hab die Military Base gefunden... Ne... Mit Hubschrauber Landeplatz, ist das richtig? Ja... Kann ich nicht sagen... Ja, dann bin ich an der... Dann weiß ich wo ich bin... Dann bin ich in der Military Base und es sind nicht alle Orte auf der Karte vorhanden... Das ist ein fettes Viereck in der, äh... Alter... Mach mich nicht einmal... Mach mich nicht schwach... Mach mich nicht einmal... In der Mitte... Der, äh... Heli, ne? Heli, landeplatz... Läu, wo kommt der her? Der, der kam aus der Decke! Da kam der Spast her... Guck mal was ich hab... 62... Hast du was zu trinken? Ne... Guck mal... Mit Feuerlöscher... Komm mal mit raus... Ne, komm mal mit raus... Äh, was ist das denn? Alter... Ich... 95... Mo... Ja... Mo... Mo... Da warst du ganz oben schon? Ne... Oh, ja... 40... Okay... Na, hier oben ist ne... Agility... Meint ihr damit, kriegt man noch mehr Leben? Eats... Äh... Ja... Nein... Nur bei Damage... Du, dass du damit weniger Damage aussetzt... Äh... Alter... Okay, du musst nicht hochkommen... Verschwindet sich nur... So, das wird jetzt langsam im Dunkel... Oh, was zu trinken für dich... Dann geh ich mir immer die Base rein... Bevor's Dunkel... Richtig richtig dunkel wird... Damit wir die noch ordentlich looten können... Scheiße, ich bleib stehen, ich kann nicht mehr... Kriegst du dich stehen bleiben bestimmt auch... Äh... Äh... Ich disconnecte nur kurz, um ähm... Auch herauszufinden, ob es so ne Wiki gibt... Ja... Weil... Ein Haus bauen wär echt nicht schlecht in der Mitte der Welt oder so... Ich bin... Ich bin jedenfalls jetzt äh... Am Zelt... Und krass, wenn Musik kommt... Okay... Musik ist cool... Das auf jeden Fall... Das... Musik-Setting... Äh... Gefällt mir auch auf jeden Fall... Und ich sag mal so... Wenn man... Ne Wooden Foundation bauen kann... Dann kann man auf jeden Fall auch ein Haus bauen... Was du grad sagst... Das passt voll zum Beat... Äh... Unturned... Ey... Geh weg von der Leiter... Loll Pharmacy... Nee... Das war oben in so'n Turm dran... Ey... Ich kann das Zoom-Scope... Ich hab das gerade auf die Mosin gepackt... Loll... Ich weiß... Das passt da drauf, das sieht voll geil aus... Nice... Herstellung... Alter... Kann ich... Vielleicht das Flashlight auch da dran machen? Taktik... Ja... Nein... Die Flashlight wahrscheinlich nicht... Okay... Ähm... Waffen... Jetzt nicht erst mal... Sondern erst mal... Creating... Ah... Mit... Perfication Tablet... Kann man... Äh... Radioaktivität... Uttermann... Ah... Okay... Gut... Dafür waren die da im Medical Center... Okay... Creating gibt's ja nicht... Bearbeitung... Ich hab glaub ich gerade ne Desert Eagle gefunden... Ich... Ey... Wartet mal kurz... Ich ähm... Mein... Facecam hat aufgehört aufzunehmen... Bis gleich... Will... Ich losse... Wollt... Wenn ich mich... Der... Gäste... Der... 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 Gäste...